Ein sehr gefährlicher Ansatz. Das würde dazu führen, dass die Betriebsvermögen stärker besteuert werden, mit der Gefahr, dass die Eigentümer die Unternehmen verkaufen müssten. Und das wäre natürlich dann für die mittelständische Struktur, gerade hier in Baden-Württemberg, verhängnisvoll. Also dieser Vorschlag des Finanzministers ist strikt abzulehnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017